Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das klingt ungewöhnlich, aber was ungewöhnlich ist, macht mir ja erst mal Spaß. Ich bin gespannt. Hallo Christian Rach, ich bin einen Tag früher da. Ruvinda. Christian Rach. Chandra. Ihr seid also die Besitzer. Ja, also Besitzer hören wir jetzt nicht so gern, weil wir sind vielmehr eins mit dem Restaurant. Also die beiden identifizieren sich sehr mit ihrem Laden. Das ist gut und schön. Aber die haben einen an der Glatsche. Den hat schon vor Jahren den Kitt aus der Brille gedrückt. Und ich bin mal gespannt, was ich da noch tun kann.